Hallo, freut es nur noch nicht. Oh, fang jetzt weiter. Oh Mann ey, ich verbreche hier gleich. Ob es bis jetzt wirklich nur eine einzige Person weiß, wer gewonnen hat? Ja, wahrscheinlich. Ich habe es überhaupt noch schon im Heimkrieg. Benedikt, Markus und Frauke. Gold ist ein Edelmetall, das zu vielen Konflikten geführt hat. Silber löst bei vielen Menschen Allergien aus. Braucht man alles nicht wirklich. Doch es gibt eine Legierung, die die Menschheit aus der Steinzeit geholt hat. Bronze. Und so ist die Bronze-Medaille etwas ganz Besonderes. Feiere deinen dritten Platz. Denn deine Fans feiern auch dich. Oh, ich kipp dich um, Alter. Großer Bruder, mach kein Glück. Benedikt, verlasse den Container. Love you. Meine Engel, ihr habt das nicht. Ihr zwei, ihr seid so geil. Alter, das ist richtig krass für mich. Wir drei können einfach hier bis eben. Wir drei einfach. Und jetzt wird es einer von euch werden. Und ich gönne es euch von Herzen. Na, ihr zwei einfach. Ausgerechnet wir zwei. Ja, aber wirklich, wahr? Oh, Bende, ey. Scheiße. Der Engel. Wir sehen uns. Ey, du weißt, das dauert nicht mehr lang. Das ist für mich ein krasser Gewinn. Guck mal, wie die schön sind, mein Schatz. Love you. Fly, Jesus. Oh, ich liebe euch. Wir sehen uns gleich, Bende. Bis gleich, Schatz. So, jetzt darf ich dich auch endlich mal in den Arm nehmen. Dein dritter Fratz, herzlichen Glückwunsch, Benjamin. Dankeschön. So, die Leitungen sind übrigens wieder geöffnet. Guck mal, Lilli und Janine sind da. Her damit. Guck mal, Lilli und Janine sind da. Guck mal, Lilli und Janine sind da.